Donis, dein zweites Spiel heute hier in Gergerade. Wie gefällt es dir? Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr gut. Ich denke, für die Möglichkeit, die ich hier kriege, gebe ich mein Bestes, um das zurückzugeben. Bis jetzt klappt das sehr gut. Wir haben aus den letzten beiden Spielen vier Punkte geholt und sind jetzt wieder mittendrin. Das ist super. Was jetzt fehlt, ist noch ein Tor. Ja, Tore sind immer schön. Ich möchte jedes Spiel ein Tor schießen. Ich bin immer knapp. Gegen Twente war knapp. Heute war wieder sehr knapp. Aber für uns ist es wichtiger, dass wir eine Mannschaft, die viele Punkte hat, wie heute im Mittelfeld steht, die Punkte holen. Dementsprechend ist es wichtiger, zu gewinnen, einen großartigen Kampf zu leisten, wie selber Tore zu schießen. Und das haben wir heute getan. Und so kommt man noch zum Erfolg. Du bist ein richtiger Teamspieler. Ja, das ist... Ich wurde sehr gut hier aufgenommen. Ich fühle mich schon sehr, sehr wie... Roda ist eine große Familie hier. Und ich denke, mit den Spielern, ich verstehe mich sehr, sehr gut. Und wir alle wollen nur eins. Und das heißt, so viele Spiele wie möglich gewinnen. Und egal, wer das Tor schießt, für uns ist ein Sieg ein Sieg. In der zweiten Hälfte hattest du eine ganz große Chance. Erzähl mal. Ja, ja, ich hatte eine ganz große Chance. Ich muss sagen, ich wollte in die Kurze Ecke schießen. Die Balli sind in das Außennetz gegangen. Ich fand das schade. Aber deswegen ist es auch besser, dass die Mannschaft einen großen Teamspirit gezeigt hat und wir trotzdem noch das Tor gemacht haben und trotzdem noch das Spiel gewonnen haben und das über die Zeit gebracht haben. Persönlich fand ich dein Opportunismus heute besser als vorher? Ja, heute war sehr gut. Sehr viele Aktionen. Und ich denke, mit den ersten beiden Spielen in Zukunft auch die Gegner werden wissen, wer ich bin. Und die Gegner werden wissen, dass Roda nicht mehr die gleiche wie vorher ist. Was ist dein stärkster Punkt? Ich kann... Mein stärkster Punkt ist durch die Schnelligkeit und die Technik kann ich... meine Heißblütigkeit kann ich die Gegner immer durcheinander bringen. So, wir erwarten noch viel von dir. Ich denke, wenn es so weiter läuft, dann ist es perfekt, besser als ich mir vorgestellt habe.